Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute für Diagnach Diggit und heute habe ich das Spiel The Swat. Viel Spaß! Okay, dann können wir erstmal aussoomen, was wir spielen wollen. Asha als Bogenschütze. Paladin. Ziemlich lecky. Assassin. Magier. Shooter. Und ein Warrior. Ich würde sagen, in deiner Spiegel das Swat heißt. Nimm ich einen Paladin. Ja. Was war das nochmal? Mage. Magier. Ne, ich nehme Paladin. Okay. Charakter Editor. Passt schon. Sieht gut aus. Mein Armour. Red Dog. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, dann geht's jetzt mal los mit den Spielen. Schauen wir mal, wie das Spiel so ist. Bislang sieht's ja ganz gut aus. Nur bisschen laggy. Das kann aber auch an den Emulator liegen. Okay. Dann kann ich nachher mal meine neue Tastatur ausprobieren. Das war's für heute. 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 Wenn ich durch ein Portal gehe, geht es automatisch aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das Ausreiche macht er nicht alleine. Bisschen Schade eigentlich. Aber das ist okay. 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 1.200, 1.200... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das geht noch nicht. Zurück zu einer Dungeon. Untertitelung. BR 2018 Okay. Die Zeit ist um. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.